ZENTER MELANGE Drage Slušateljice i drage Slušatelji, srdečno vas pozdravljam i veselim se, da ste s nami na Melanšu Centru. Moje ime je Filip Auktiran i drago mi je, da nas slušate. Danasni gust je Stefan Vlasic. Dragi Stefan, jako mi je lijepo, da si danas ovde. Ja se jako veselim, stu obam u av intervju ti dat. Ale podkastevo, 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 ni in intervju, da. No i polva podkaste, da malo intervju. Ovo je već razgovor. A kao prvo pitanje, čo se nek sako ga pitan je, kako piješ ti tvoju kavu jutro? Ja kavu pijem z mliko, ampak s cukorom, jo. A je to Senek jutro isto? Senek jutro isto, pak pred kavom nekaj spijem smuzi, jo, i to je važno za mene, to je vitamin bomba, to je pravan. A to maš vsake dan jutro imaš tako smuzi? Vsake dan jutro imam smuzi. Si ga sam napraviš ili? To ga si sam nastavim, da. Ok, se reč mi čaj to tudi jutro. Ja sami, s kivi, sve čaj sad je, pak veče čaj. Ja ste dobro gluši. Jo, to je. A kako onda, imaš tako jednu rutinu ujutro ili? Niman, niman rutine, niman rutine, ne. Neči saki dan je drugačiji? Da, moro. Smo se teli vježbati z Filipom, ali sad ga vidim, ter vje stari, vje ne pravan, až vje ako poti odjela. Da si veliki športaš, to bo ćemo onako isto još dobit. Ali na početku imamo oš, da si ti zrasao u Bječu ili? Ja sam zrasao u Bječu, smo imali veliku rutinu zborištofa, tudi mamica imala osam dicije, a i papica ima troje, a ti su teli se nekdo je k njih, kad su teli služiti u Bječu, pak smo se teli po Hvatsko. A to znači, ti si za istom cijelo vrime uglavnom Bječi odrasla? My smo u Bječi odrasli i u školo, i u osobnou školo, i v gimnazium, pak v HAK, pak isto i na VU, da to smo se u Bječu. A kade ste vi živili? My smo v Bječu, kod tari smo živili, smo mali vježicu, ižicu, pak kabinet, a to te, kad su teli tvoje, ti, naši roditelji, brati ti, pak, ti su teli s nami spa, dva kabineti, tr, jo, smo se teli čuda razgovarati s nimi. A kako ste vi onda bili Borištovi? My smo se pak, kad stari otci, pak stara mat, ti su bili z Borištofa, kad i tatica i mamica, ti su z Borištofa. Jedni su bili Bujnkovi, to je od papice stran, a stran od mamice, to su bili koručevi. A my smo pteli biti senek kod Bujnkovi, a pak smo si istoj kuću uzidali, to smo bili senek v prazniku, smo pteli biti u Borištofa, i smo imali lipu mladosti v Borištofu. Lepo. A kako je to onda bilo, kad ste jo bili bijači? To znači, u školi Hrvatski naravno nisi imao, ali doma ste se samo po Hrvatsku pominali, ili kako je to kod Borištova? Ima, kad je tila rodbe na dvoje, se tila vse nek vrvatsko pominali, da mi smo imali sve nek kumove, su tili dvoje, strine, strice, pak i braća, to se tila kod nas je bilo neko komunikativni centrum. To je ljubav. A kada si ti išao v osmnu školu? Ovde bijači, v pjetom Kotari, da, v pjetom Kotari. Ču sam, da ti je tvoja sestra jednoč pladnjem prik glavu tukla. To mora biti, ja nek znam, ja nek znam. To je sad inside informacije. Da je jednoč, da je jednoč, da je jednoč nespladnju, no onda se ne vrata zabuši, to su bila stakljena vrata, pa je to staklo razbila, no to se znam spomijen, ali da je bil pladnjem, to ne znam. A lieber, kad ste se imali rado, ili? Ja, da smo se imali rado, da. Ti si un da studirano, alo po Gymnasiji, ali ti si bi na Haxi reka? Ja, sam bi na Haki, pak od Haka san se studirano na WU i to još bi stari, WU i to je bil frans Klengas i tote, jo i to te sam pak par Burishtov od znašak isu se hoit moru dugle studirano ali nek ja, to jo. A si jo se ne znam, da kaniš točno vati sami studirano? Ja sam se ne kani, to točno, da, da. Ok. A kako je bil čas studirano, da? Uuuu, študia, študia, jo, študia, to te sam, ja ako lju to zvrši, moru pre lju, da ter, časuvi študianti vi si zadavu, moru lásno, ter, ja myslime, da je to, moru boli nek, časa na jačin. Če, kako friško si bilo goto? Jo, 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 uesan semestri, da, čas možete, ja. A potom, ne, ne potom, študia, študia, študia 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 študia? Nikako i... Sam ima se nekakavu službu. Uz študijom sam ima službu, a va prazniki smo teli se nekakav džopima, kod Puešte sam bi, v Borištovi, kad smo bili, sam ba malini dijala, jednoče sam bi kod Unileve, to te smo presto, smo brcali to te med siloše, da tr... To je bilo se nek, je bilo se nek čas zadjela, pak smo imali pinje, da smo mogli si v ferije, kamo se odvijest, pak ferije uživati. Da. A to znači v centru, v centru ili... V centru, v centru, sad stoprk, v mirovini sa nima i za centru, lasno. A si ti onda veliko po študiju išel djelat u segrani, ili... Kako je to onda? Ne, po študiju mi sam još istoj, završi pedagogik, pak... Sam moru i podučava na puli, v haki, pak sam bi kod Ebema najprv. Kod Ebema sam bi, krátko sam bi tote, pak... Mislim ako ninc spametno videlo, kad ninc bilo to mogućnost za kariéru, a potr sam pak završi tote. A onda si... Ondan si sam veľk v osigoranje priješa tote, v gospodarsko, sociálno osigoranje. A si onda veľk tote priješao? A tote sam pak... 38 let sam bi si dostat tote. 38 let? Ja. V jednoj firmi? V jednoj firmi još. To znači, tebe se jako videlo, ili naravno? No jo, neravno, kad... Mi je bilo... Mi je bilo jako lako tije škale gori kazliz, a kad sam bi pak kontroljer, on tam sam se bio že jednojč kod ORF-a javi, da bi to te minjali, to je bilo jako politično, ter to je bilo urijeđeno kiče, tu je mi jesto dosta, ter pak... Sam hoj dosta, ne? Pak... Sam vrijeda direktor nasta i... Tako, i tako dalje. Tako še, da bi da si urši mogu lieta si, un danas da generalni direktor sozialno... Ušan lieta... Ušan lieta, ušan... Ušan heis lieta sam bi pak generalni direktor, pak smi mali... is da i... kakuse so via Rehab-Zentre tri, i to te sam bi glavni direktor tebilo, u... bat isli da sam bi mali herzreha, a... ovde... na rozenhugli smo imali Neuro Rehab, a potem hi sme imali Rehama. Mhm. To... A... si ima več posla kao za poslenik, ili kao direktor? Kaj je bilo več? Jo... Je bilo saktir, je bilo saktir dielak, kad summetili sa kamor pozva, da kakove projekte idemo... To je bilo interesantno, to je bilo interesantno. To smo imali... Če sad si poznati ta... Ikad... Da. To je, egentlih... Dite od nas bilo, a i če je Elga, i to te smo imali takov projekt, a i če... Če... Jo... Puno, 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 s politikari, s ministari, smo tijeli imati... Tako, jo... diskuzije, pak projekte, kako se reformirati u osigaranje za mirostvo i za zdravlje, pak još... To je bilo jako interesantno, se nekaj. Da. Ja sam v internete, si mi... Ja sam vidio jedan članak, kada isto stoji, da v tvojem času si 20 šias koma, ne znam, mislim šias, milijon euro dal za modernizaciju. To znači za... za modernizaciju... To je bilo jedan Rehabcentr, to je 26 milijoni, ali če smo zgradili rosenhugli, to smo zgradili, to je... to je... to je... to je... to je bilo zna, koliko milijon je to je prošlo. Prik sto milijon je, smo to je zazidali, ne? Prik sto milijon se to je zazidali? Ja, ja. A pjelaš ti onda ta celi projekt? Od početka, ali? Da, to smo... to smo... to smo peljali, to smo s architekti, pak... jo... to smo isto, to smo isto sami zgradili se, pak... i to jako, to jako sad... dobro biži, ta Rehabcentrum na rosenugli. A če so bili oštakor tvoje... tvoje stvari, kje si moro činiti? Ili za kje si se skrbil? Jo... to je... to je... to je bilo za... za naše delače, smo teli se ne gledati, da je to te... su dobro motivirani, ter smo teli baviti z sin, to smo imali i... u zimi smo se teli jednoč, tu je sítili poje šijat, a u lieti smo teli rambaj granim, a ta... a pak... če još bilo... če so se jako veselili, smo jednoč... je bila ideja odmene, da bi mogli... ba garaši parti načiniti, da pak... pak je ta... ta parti, to je... to je... to su... z cijeloga još ta reja još... smo imali... i... u Sisi... na kako se veli... drastvi, smo imali centre. mhm... a pak su teli oži... oži sforali priega, su teli duje na ti garažni parti. čak... to je telo biti do jutra sen... čak... čak to je bilo kod vas, kod S... v S.V.S. smo teli... va vidno občasni... va vidno občasni v garaži... cijel garaž je biti... to je bilo da i... dvisto... dvisto... ali tristo... tristo osobom je telo biti na garažni parti. Kako si na tu ideju došla? To je bila dobra ideja. A... če je ož bila dobra ideja... kad smo... imali osiguranje za umjetnike. Da. Pak... jo... umjetniki nimadu čuda novcu, a tr... tr... nisu teli čuda plati, tr... još... sad smo... bili... kod ministra jedno več, no... i ministar je reka, no... v on nima pinje za to... no pak sa nima ideje, pak smo... od sake... kako se veli... sačuj... sa... sdielali... to je... smo... jedan euro... smo rekli, da ti možda sake sači. Pak nejedno, že bylo toliko pinje za umjetnike, da si moram osiguranje za umjetnike. Hle. To... od... to... dobro biži. dobro biži. Super. Znači to je bila dobra ideja? Jo, to je bila dobra ideja, da. A imaš... imaš... oš tako čaj iz tvojega časa kao generalni direktor... u... Sv... sada Sv... s... jo pak... jasen... 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 kad mi nje dani inuntr govoril, a pak... kad su se polpali politikari inuntr mišat, onda... vedno njim bilo lipo dijelat. Naj... najgor je bi... ta naš... predsednik od... 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 od gospodarskog, a to je bi... da letao... tam je Kanin inuntr govoril, da... meni je to bilo sedno. no... ja sam... ja sam... dielača sam Kanin, no... pa je bi jako prot mene, ter... to njim bilo pak lako. Njim bilo... njim bilo lako. Nekade UNB pak i... i... kako se veli... jo... opman se to veli... na... prezident, metr... s tým... s tým... iz dobro dijala skupa, ne to... to njim bilo pak več pametno djelovišnje. To znači nisi imal samov prijatelje, to tak? Jo, jo... ali... ali... ali bi ti onda rekao, eto... eja... bilo več... djelatzi s politikom... To je bilo pak djelo s politikom, ne... valj, pa prva leta... prva leta... da je... 30-30 let... sam mogao djelat... što sam ja Kanin, ne... pak... na jednu več su došli politikari, pak... si s pametnjaki, ki su znutr govorili, pak... to veď nije bilo lipo. Nije bilo lipo? Ne, to veď nije bilo lipo, ne... A je to bilo onda uzrok zač si hero, ili si... imao samo mogučnost za penzij? Nja, to je bilo... to je bilo i uzrok, da sam pak jera... To je bilo i uzrok, da sam jera... A si ti imao još in kako bi plan, da veleš, ok... ovo bi eigentlich Kanin oš završit, ali nije išlo? Jo, ja sam još Kanin, pak... urva mirovini smo se skupaj sjeli i par tovarušov, ki so bili kot banke, pak... ki so arhitekti, pak smo... rado za... za... mirovinu tako... senjon rezidence zgradi, dva gradi ištjena... ali ipak i to te... i politika... ni nišla s nami, toto... za... za... Njubijat... Njubijat je rekao... mi imamo dost voga sega, voga ne pravam otr... jer sam kan... Dara Bož noved li? Ili ki Njubijat? Njubijat Dara Bož, da... Dara Bož, da... Dara Bož, da... Dara Bož, da... San ima... projekt bi bil, vorištovi... kada je sad ta malinca su ga enako zrušili, to bi bil... isto dobro miasto za tako... senjon rezidence... smo imali ur mali projekt, ali... To se pak njenu godalo... A... svakako si usposal naša dost časa... mislim i se za šport? Uff... Sam se moru... sam se moru babi športom... ja nikdar nis bi prvi med športaši, ali... ja mislim, da... sam bi jedan ki... najbolje už toga tražiti, ne... už... už sad, ali... sad mi... znako... spametno... 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 kad imam zvin, zvin... zjelavin... achillovin... tetiv... ali... achillova tetovija... mi ne... jo... ja... če ti ne da mire, ne moreš bižat? Ja, to... to sad ne morem, sad ne morem bižat... tenis, sad i nogomet se ne morem, se ne morem nekrat... a to je... ja... kad uglavnom... si... si rado bižao, si biciklio, šio... sad nogomet... a ja mislim, meni si isto... i mora bit sa druge... si... jako... jako pozno, da imaš... se nek ne znam... kad je dan gips... a ne... a ni... šio... kad je dan o... se čas talo... čas... ne... čas... veči ga se ne in stalo, čas nek bilo... čas nek bile male, uzljake, ali... čas nek... čas nek optišna. čas nek, čas nek... vižaš si im maraton, il Silvestelauf, i čusam, da si čas ni jo blau-frančisch maraton... Und das war so. Vielleicht habe ich noch eine normale Branche. Oder war ich ein bisschen zu spielen? Ich bin ein bisschen anders. Ich hatte auch eine kleine Branche, eine kleine Branche und ich war immer noch nicht, aber ich war immer noch eine andere Branche. Ich war immer noch so. Die Marathon war immer noch so. Ich war immer noch so. Marathon, aber der beste Marathon war, ich denke, dass ich 10 oder 20 Marathons bin. Aber der beste war bei Athenia. Athenia war in 2010, das war 2500 Jahre lang, als die Marathon war. Der Ziel war, auf Ecos-Stadion, das war für mich der beste Marathon. Wie lange hast du dich gehalten? Das war in der Frühstück. Das war in der Frühstück. Ich sage, dass ich mich nicht beherrschte, aber es war so einfach so. Als die Menschen gehen, sind sie in der Frühstück. Dann sind sie einfach so. Aber die Reise von Marathon war zu Athenia war sehr sehr. Ich denke, dass ich mich an die Schmutzung war, für mich. Da to je ruč. Da ko sie neke pute ist mogel vještli vino pitu, zato, onda to zna. Ja, das wurde nicht in die Vještlo. Aber gut war organisiert. Gut war. Ich denke, du bist in Peru an Mountainbike? Ich bin an Mountainbike. Ich denke, Und in Peru, in Peru, das war der Vajvoš-Caudillian-Track, da haben wir einen Tracker, und wir mit dem Mountainbäck. Wir hatten die Pelhae mit den Schlagern. Der erste Tag, als wir das starten, war es geöffnet. Wir haben die Zadnige Suppe geöffnet, und wir haben gesagt, dass das jetzt weg ist. Und dann war es vier Tage lang, und wir waren mit dem Schatten, und dann kam der Schatten aus dem Schatten zu eröffnen, und dann in einer Nacht die Sonne wurde gespürt, und dann war es so, wenn es so ein Zimmer war, und dann war es so ein Teufel, und dann war es so etwas zu kaufen, aber dann war es so, dass wir die Brüge gesehen haben, und dann war es so, dass wir es gut gemacht haben. Und wie weitest du bist? Nein, das war nicht mehr, das war nicht mehr. 4.000 Meter. Wir sind nur noch einmal nach Mount Everest. Wir sind auch noch mehr. Wir sind auch noch mit Mountain Bike. Wie ist es so? Wie ist es so? Wie ist es so? Wie ist es so? Das sind so viele Agenturen, mit denen du dann wiederholst, dann hast du auch die Freunde und auch die Freunde. Das ist schon. Das ist schon sehr viel Zeit. Was ist so schön, wenn du mit Mount Everest bist? Okolo, 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 okolo smo, okolo smo se, okolo smo se vozili da pak, jo, jo, kad to, tote bi grot, Pote yes, ne, potries je bil pak, tote poothries, ciele Briga ZIS ovo, ne pak, nismo već pute našli, ne pak, sam bi nek, tri dane, nizima až, ti, so se s čipom vozili pak, der Chip nicht mehr erlangen, weil es so viele Cisten und Verlangen sind. Wir haben noch keine Pratage. Ich habe einen Mann, wenn man auf der Becke ist, oder in der Becke, aber ich habe drei Tage in der Pratage und dann sind unsere Rucksack wiederkommen. Wie viele Kilometer sind? Die Kvartiere sind in der Dreviener Stiel, aber wir haben sie nach unten gesehen, Aber es gab es nicht so, wenn wir die Lampen schütten, die Menschen, 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 die Menschen. Und wie viele Kilometer sind es? Ja, jeder Tag, jeder Tag, 50 bis 60 Kilometer. Und das sind die Gürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen? Ja, die Gürgen-Dürgen. Aber auch der Plan, dass die Gürgen-Dürgen nicht so war. Ist das schon ein Zeitpunkt, wo es nicht so viele Leute gibt? Nein, das war nichts. Das war nicht so, dass die Gürgen-Dürgen-Dürgen nicht so war. Es gibt so viele Dinge, wo es nicht so war. Das war nicht so, dass wir zu einer Struktur ausgeliebten können. Nein, das war nicht so, wenn wir das Gürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen-Dürgen. Das war nicht so, dass es sich großartig ist. Es gibt aber nicht so, dass es nicht mehr helfen. Das war nicht so, dass wir die Helikopter nicht so machen. Nein, okay. Du wirst du nicht mehr Angst? Ich habe mich schon überrascht, wenn ich so glaube, dass ich drei Tage auf dem Weg bin, die Autos nicht mehr haben. Ich weiß nicht, dass du auf Handy nicht mehr wirst. Du wirst nicht mehr, du wirst du nicht mehr helfen, wenn du es nicht mehr wirst. Das war's, wenn wir durch den Tag wiederholfen, das war, dann war es weit weg. Wir hatten ein Ziel, das war, dass wir nach vorne gehen. Die Hindernisse waren, die Menschen waren, die Menschen waren. Sie sagten, dass sie nach vorne gehen können. Ich habe gesagt, 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 das Schatten weniger in den Duas. Pache nach einer Duaschen? Dann war ich im Klas. Wir haben, Sie sagen, ich habe etwas dick. Ich habe gesagt, ich sage, ich habe etwas weiteres gemacht. Ich habe weiteres gemacht. Ich habe weiteres geschrieben. und dann habe ich das noch weiteres gemacht. Ich habe gesagt, Ich habe bin eine Zeit mehr. Ich habe mit dem Tag zu daraufhin. Und dann kam drei Döten und kamen, wenn sie die Kastell zu spüren. Sie sagten, ja, hier ist Kastell. Wir haben einen Meter gebunden, wir haben ihn gebläst. Und dann in der Nacht gesagt, wir müssen wir nach Hause kommen. Und dann haben wir ihn gebläst. Und ich sagten, wie wir hier die Kastell zu spüren? Ich dachte mir, dass ich nichts mehr für mich. Wir haben ihn gebläst. Und dann bin ich noch weiter. Und dann war ich noch ein bisschen, ich gehe jetzt noch ein bisschen, aber ich habe das auch noch ein bisschen. Ich habe natürlich auch ein bisschen mehr gehört. Aber das war mir noch nicht... Ja, das war mir noch ein bisschen mehr gehört. Ja, ich bin es so, ich bin es so. Das ist so. Aber dann war das so? ... oder wo sie, wo sie, oder wo sie, oder wo sie, zu den größten Tour? Ja, ich habe sie in die größten Tour im Eis. Ich bin sehr bereit, zu schießen. Ich bin sehr bereit, zu schießen. Ich habe es auf die Tour, die wir viel weitergegeben haben. Es ist schwierig, wenn ich schießen, dass ich in Pakistan bin. Die anderen Menschen sind in Amerika. Das war in Pakistan, das war noch nie in Helis-Skias. Wir waren mit den Glitarnen Hubschraubern, das war noch nicht. Das war nicht so, dass wir die Brüge nicht kennen. und die anderen sich nicht mehr schießt, aber das ist nicht mehr schießt. Dann haben wir uns die Helikopter verpüßt, und es gab viele Laufine. Und die anderen sich nicht mehr schießt, und wir haben die Laufine nicht mehr schießt, sondern wir haben die Laufine nicht mehr schießt. Wir haben uns gesagt, Wenn der Mann vor die Laufine schlägt, dann schlägt er und die anderen sich mit den Laufinen über die Laufine schlägt. Helisking. Hast du den Helikopter in die Laufine schlägt? Ja, schlägt er. Die schlägt er in Helikopter in die Laufine. Ja, in Helikopter in die Laufine schlägt er, ja. Er hat sich da nicht überrascht. Ja, ja. Ja, das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Das ist ja nicht so. Ich denke, das ist schon niemals schon gewesen. Ja, das ist schon niemals gewesen. Was haben Sie noch niemals gewesen? Ja, das war schon. Ja, das war schon wieder. Das war so. Das war so. Das war so. Das war so. Aber du bist nicht nur auf der Bickel oder bist, sondern auch du bist. Wie bist du da? Wie bist du da? Was war der Ausdruck? Ausdruck, ich weiß nicht. Ein Ausdruck ist besser. Ich glaube, ich habe einen Ausdruck gemacht. Ich habe einen Ausdruck gemacht. 2002, ich habe eine Rache gemacht. Dann habe ich eine Operation gemacht. Ich habe in einem anderen Jahr versucht, aber das war nicht. Ich habe in einem Jahr nicht mehr angefangen. Wir haben auf der 21. Mal wieder zurückgezogen. Wir sind in der ersten Zeit 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 zurückgezogen. Und das war ein Ausdruck. Hast du dich gefragt, ob du das immer für Rache bist? Ja, in der Rache. In der Rache. Ja, das war ein Rieserlitter. Und es hat 20 Lied. Kannst du dich zählen? Kannst du dich zählen? Kannst du dich zählen? Kannst du dich zählen? Ja, die zählen. Die zählen kann man nicht mehr. Aber es klingt, dass es nicht gut ist. Ich meine, sag ich, du bist eine neue Gruppe? Nein, ich bin mit einer zählen. Ich bin mit einer französischen Brache. Stefan Piela. Und wenn wir in den Borekstofen kamen, dann kamen ich. Und wenn wir in die Südostrie, dann kamen ich. Und dann kamen ich. Und dann kamen ich. Ja, wir waren drei Tage, und jetzt, wenn wir in den Borekstofen kamen, dann kamen wir in den Borekstofen. Jetzt sind wir in der ganzen Vorstellung. Ich denke, wir sind schon wieder in den Borekstofen. Was ist nicht immer ein paar Punkte? Ja, die Punkte haben wir, oder? W facilitief wir zwei Mal bei uns? Ja, wir sind, wir sind auch nicht auf ein paar Punkte. Also, wir sind dit, nicht auf ein paar Punkte, oder? Wir waren keine ganzen Hände. Wir waren drei, vier, wir haben wir in einen anderen Weg. Wir haben wir ein anderes Thema. Wir sind auch eine andere Route. Lustig. Ich weiß nicht, ich muss sich nicht vorstellen, weil ich noch nie bin. Ich bin gleich mit dem Bus, und wir mussten uns alle sagen, sehr monoton. Wie ist das? Haben Sie einen Rucksack, haben Sie einen Autos? Wir haben einen Autos, wir haben einen Autos, wir haben eine gute, wir haben eine gute Zitze, wir haben eine gute Zitze, wir haben eine gute Zitze, wir können auch unsere Zitze mit dem Zitze, und dann für Zitze, mit dem Zitze, nichts zu verlieren. Das bedeutet, dass man sich das immer noch hat. Hast du auch einen Jakob aus dem Weg, Ich bin nicht nur mit dem Mountainbike-Urn, sondern auch mit dem Mountainbike-Urn. Wir sind von Zwiebeln von Jakova, von Sevilla bis Santiago. Wir sind nicht nur mit dem Mountainbike-Urn, sondern auch mit dem Mountainbike. Wir sind von Florenza in Asisi, dann von Asisi in Riem. Wir sind von einem Freund, der gesagt hat, viele Sachen machen wir nicht, wenn wir von Wien gehen. Aber wir haben uns so gemacht, dass wir uns nicht mehr von Tarvisa auswählten, sondern von Tarvisa auswählten uns. Das ist so schön. Du hast dich wirklich sehr gut gesehen, oder? Ja, ja. Ich glaube, dass ich das auch gesehen habe. Ja. Du bist so typ, wenn du auf den Weg gehst, muss man etwas Neues sein? Oder hast du deine Lokation? Ja. Wir sind mit Mountainbike-Urn. Wir sind mit dem Mountainbike-Urn. Und es so auch? Ja. Our that-and-a-and-an-animated sind, 這些 baby-ur rom Contain resume st drogas. Ja. Es drin gibt es fragr� Spreadnetz und es anonym zu телефон. Ja, das ist so. Jetzt kannst du mir sagen, ob es das Stimme ist. Du hast nur die Anzüge aus deinem Vater, oder? Ja, ich habe aus dem Vater. Der Vater ist ein Kroger. Ich habe auch 2,5 Stunden. Ich habe auch 20,5 Stunden. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles, was mit Frack zu Smokingen, bis die Jagersküren. Das ist alles. Und er hat viel mehr ihre Leben? Er hat viel mehr, viel mehr Kroger. Das ist alles, was mit 5 Stunden. Das ist alles, was mit 5 Stunden. Wenn es das Bürgerkart zu kaufen, wenn du es in der Bürgerkart zu kaufen, dann ist es in der Bürgerkart zu kaufen. Das war ja. 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 Wann ist das? Wie ist das? Du hast du dich nicht so interessiert? Das war ja. Ja, wir waren ja. Wir haben ja auch ein bisschen zu spät. Aber das war es dann auch so, aber sie haben es ebenso ein Wartner, aber sie haben es keine Perspektive. Sie haben es gut zu sehen, dass sie gut auf die Schuppe haben. Es war ein großer Mann, die sie auf die Krohjärse haben. Aber sie haben eine gute Wille, deshalb geht sie so. Ja, ich glaube, dass du so gut geht. 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 Ich glaube, dass du so gut geht. Ja, 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 ich glaube, dass du so gut geht. Das ist ja nicht so gut. Ja, ich glaube, wie du sot man mit deinen RAMSAY hast? Ja, ich glaube, dass du so gut geht. Ja, ich weiß nicht. auf eine neue Idee, wo die Mladi kommen würde. Ich denke, mit dem Mladi, das ist deine Generation, dass sie hier wieder zurückkehren. Ich weiß, ob sie so eine Idee haben würden? Oder ob sie die Rado schon haben würden? Was hätte sie gefallen? Nein, wir haben die neue Ideen, aber du hast dir noch mehr Idee, wie sie mit neuen Medien mehr zu arbeiten können. Das war der Einzelnen Podcast, dass sie mit neuen Medien mehr zu machen können. Das ist auch der Einzelnen Tag. Wir haben auch die Einzelnen Tag bekommen. Aber das war das, dass sie sich immer wieder auf der Zeit haben. Das war die Einzelnen Tag. Das war die Einzelnen Tag. Das war das, was sie sehen. Es ist so schwer, in der Zeit. das ist, was ihr sehen, Ja, wir haben drei Dome, zwei Börrißtofi. Einmal mit Buhinkovi, einmal mit Vlašitevi. Einmal mit Pachtwestofi. Das ist ein paar Dinge. Wir gehen von einer Kutte nach der anderen. Aber Pachtwestofi ist unser Haus. Ja, ich habe gehört, dass es einen großen Stamm, in dem Sie komplett umreden, oder? Ja, das ist ein ganz starker Stamm. Das ist ein ganz starker Stamm. Aber ich denke, das war mein wichtiges Teil. Wenn du ein Zeitraum vergräst, wenn du ein Zeitraum vergräst, wenn du ein Zeitraum vergräst, dann du ein Zeitraum vergräst. Wenn du in der Bühne bist, wenn du ein Direktor bist, dann ist das andere. Aber hier bin ich mit meinen Rücken. Und wir haben uns selbst vergräst. Die Kutte haben wir vergräst. Das war eine Ruhe. Und wir haben uns mit drei Freunden, von Grzko, die ich kennenzulernen, als wir mit ihnen vergräst waren, mit drei Freunden haben wir uns mit ihnen vergräst. Wir hatten keine Firmen, wir haben sie geholfen, wir haben sie geholfen, wir haben sie 2,5 Jahre gearbeitet. Wir sehen uns, dass es so ist, dass es so ist, wie es so ist. Es ist so, dass wir in der Jugendstilien haben, wir haben die starke Oblöcke, ich glaube ich habe 29 Oblöcke, das ist so, dass es so ist. Wir haben eine starke Oblöcke, die Oblöcke, die Lestice, das ist so, dass es so ist. Und wieder auf die Oblöcke geht, und wieder zurück. Das ist so, dass es so ist, wie es so ist. Und jetzt ist es so schön. Und aus dem Jahr? Ja, noch 1912. Aber es war ganz schön, ganz schön. Es war sehr schön, dann haben wir 4 Meter, und dann sind wir mehr zu einem Platz. Und dann, wenn wir eine Minute entdeckt, dann habe ich das so sehr schön, mit dem Makitern, dann ist es so schön. Es war ganz schön. Dann haben wir das so schön, dann haben wir das so schön, dann haben wir das so schön, und dann haben wir das so schön, dass wir das so schön ist. Super. A kako, dass sie sie so Pechtolstof odlučili? Die, wir sind jasen, wir suchen hier Pechtolstof, aber bei Dunaja, als starer Dunaja, dann ist die Pechtolstof, dann ist die Pechtolstof und dann ist die Möglichkeit, die Pechtolstof. Wir sagen, Pechtolstof, aber das ist nicht so, dass du da bist, 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 dass du da bist. Einfach, wenn ich mich, wir sind dann mit Präven, dass du das, dass du da bist, dass du da bist, durch das Städte fangen. Wir sind hier noch nicht genug, aber dass wir bis zum Umgang mit der Umgebung zwischen der Waldstunde, dass du da bist, dass du da bist. Das war ja nicht so, dass du da bist, dann wurde Rudi Belakowitsch, die Naseilnig Gorištov, dann wurde Pauli Lebenit, dann wurde Seljag. Das waren die ersten vierte Brühe. Als wir in der Disko-Puhe hatten, dann haben wir ihn so lange weg, dann haben wir ihn mit 10. Dann haben wir ihn alle zusammengefahren. In der Disko-Puhe, in der Lázaro, dann kam wir schon von der Dizk, dann kam wir von der Ablöcke aus, dann kam wir ihn mit der Stur-Puhe. Dann kam wir ihn mit der Lázaro, dann kam wir ihn mit der Lázaro. Dann kam er in der Disko-Puhe wieder, dann kam er wieder mit der Ciglien, dann kam er noch nicht in der Ablöcke. Das war die Mühle. Aber in der alten Schule, als wir es in den Nogometern gespielt haben, als wir es in den Kugeln waren, aber in den Kupeln waren es auch ein Wälder. Als wir die Wälder pusten, haben wir es in den Läbdaten. Das war die Mühle. Und jetzt war es auch in den Storien. Das war es auch immer wieder in Borystof. Du kommst mir auf? Ja ich bin. Ich habe das Dachetstuaf, hier habe ich die Mura anonyms. Ich bin hier tenis, aber ich kann hier im Semino anvies. Dach ich hier im Semino, in der Zeit, aber ich kann hier nicht um die Pivota gehen, ... Es ist so ein Wurrestoff. Das ist so ein Wurrestoff. Aber nachdem ich die Mura anonyms, Ja, ja. 70-jährigen Tag. Er war in der Lage, er war mit der Marine. Wir haben uns sehr gut gesehen, wenn er sich mit der Marine war, und er war, aber er war nicht. Er war mit der Marine. Er war mit der Familie. Er war mit der Familie für 70-jährigen Tag. Er war mit der Schienkarte. Er war mit der Alternative bis wir mit der Arbeit in die Flussbund. Er war mit der Dänemark, wo es war. Er war mit der Zeit, dass er sich auf der Seite unter der Seite er war. Ansonsten, es war mit der Seite Ich habe es schon sehr viel zu tun, aber ich habe es schon viel zu tun. Ich habe es schon viel zu tun, aber es ist es so viel zu tun. Ich habe es schon viel zu tun, weil ich es so viel zu tun. Wie lange dauern Sie es? Das ist ein Hobby. Einmal hast du es so viel zu tun? Nein, es ist so viel zu tun. Wir können es nicht mehr zu essen. Wir können es sich verkaufen. Das wäre gut, das wäre gut. Es wäre gut, dass ich hier viel verdiente gebe. Das wäre gut. 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 Das wäre ein bisschen zu verdient, aber es wäre sehr schwierig. Das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre besser. Ja, ich hätte auch vieles zu tun, dass ich das vieles zu tun habe. Ich habe die Beziehung in den Vincaren. Und wenn ich meine Lieblings-Hitler bin, dann bin ich mit dem Treberschritten. Das ist nicht wahr. 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 Und wo sonst nicht? Meischt, meischt. Ich weiß nicht. Und wo ist es so gut wie dein Vater? So, so gut. Aber ich weiß, dass du viel mehr wohnst. Grab dich nicht, aber... Erstens, du hast auch noch nie kippt. Ja, ich will dich nicht mehr kippen, aber... Wir müssen uns kippen, wir müssen kippen. Wir müssen uns kippen, wir müssen kippen, aber du musst mir sagen, dass du dich nicht mehr kippen. Ach ja, das ist ein Problem. Ich will nicht mehr kippen, aber... Du, Steff, aus Medevan wäre es in der Karte. Ist es ein Problem? Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wie lange sind wir? Wir müssen, wie lange sind wir? 50 Minuten? 50 Minuten. Ich glaube, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ok, das ist das. Jetzt haben wir noch unsere letzte zwei Fragen. Wenn wir drei Wolle würden, wie würden wir das? Ja, das war die erste Reise, dass die Achille ist, dass sie wieder in der Gesundheit sein können, dass sie wieder zurückgehen können. Denisse, dass sie viel Arbeit machen können, das war die erste Reise. Es muss sich nicht mehr auf die Hälfte sein, wie es heißt, wenn es sich so wie es, dann muss es sich auf die Hälfte sein, und dann die Hälfte auf die Hälfte wieder auf die Hälfte sein. Das war nicht so gut. Ja, das war eine sehr gute Angst. Ich wünsche mir das, dass es mir gesund ist, wenn ich meine Mutter 107 Jahre alt war. Mein Vater ist jetzt 98 Jahre alt und 120 Jahre alt. Ich glaube, dass er das schon gut ist. Ich habe mich auch noch ein bisschen zu verraten. Ich habe noch nicht mehr zu verraten, denn ich habe mich auch noch mehr zu verraten. Ich habe jeden Tag, ich habe noch einen Schrauch zu verraten, aber ich habe noch nicht mehr zu verraten. weil ich mich auch noch ein paar Jahre alt ist. Ich will auch noch mal. Ich weiß nicht, dass ich die Frau richtig weiß. Aber sie hat es schon wieder gespricht. Also geht es gut. Ja, sie ist ja. Super. Und dann haben wir unsere Lieblings-Karte für dich. Sie können einfach spontanen antworten. Espresso oder Melange? Melange. Bier oder Wein? Vino. Fahrzeuge oder Auto? Fahrzeuge. Brigi oder Moria? Brigi. Hrwatski Ball oder Schuerdisch-Türzelja? Hrwatski Ball. Selo oder Grat? Selo. AKH oder Lorenz Böhler? Lorenz Böhler. Brui oder Paxi? Brui. SVS oder WGK? SVS. Schnitzel oder Buczniaki? Buczniaki. Trage ich, Steff, lipa chvala, dass Sie wieder noch so werden. Ich tevi lipa wala. Ich trage Slušatelice und Slušateli. Tschujmo se drugi telern opet. Ciao. 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 Ciao.